am besten bevor der zweite sack abgeworfen wird baue ich am besten mal so fallen das war zu spät ist etwa jetzt du das war jetzt definitiv so ich habe genug verschiedene räume eine schatzgruppe bitte so hier händen im dungeon die könnten doch in den extraktor wandern so dann brauche ich die da nicht mehr extrahieren so genau danke dann lieber mal alle trupps nach hier oben rufen ein albino ratten wir hatten ja schon lange nicht mehr hier und du kannst alle vergiften aber ich kann alle gegenseit 25 schätze sehr gut ein helden muss ich noch extrahieren der wird gerade extrahiert sehr schön dann schreite ich jetzt die bessere rüstung frei dann kann ich um scott 1 schon bald zwei leuten bessere rüstung geben so und weg mit ihr gut einheiten ausrüsten brauchen wir auch nur noch sechs fallen mal fallen dürften wir auch hinkriegen einheiten beschwören wenn wir wahrscheinlich gar nichts mehr hinkriegen kostenlose einheiten hingegen kostenlose einheiten sollte ich demnächst mal machen ist nur die frage ob ich dazu genug im zusammen krieg so ich schicke jetzt mal truppen los trupp 1 trupp 2 trupp 3 trupp 4 war stellt sich da vorne auf wir platzieren noch mehr fallen hier so hier so eine falle hier die gift falle da kriegen sogar schon wieder material für noch mehr fallen gift falle hierhin und vielleicht noch zerstatt von dahin so jetzt haben wir genug fallen platziert ich könnte die tierfalle weg machen und lieber spreng trofäne beschwören fallen die fallen habe ich erhalten sehr gut hier geht einfach mal hier die schatzgruppe sollten die nämlich auf die idee kommen die schatzgruppe überfallen zu wollen obwohl ja doch dass sie zur matschgott werden so essen 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 kann ich sie einfach gleich rein porten und ihr müsst auch essen dann kann ich mit mal einfach mal dadurch latschen und ich habe vergessen dass ich noch die schatzgruppe brauche bevor ich so viel gold mache es wird dann wohl gerade in allen gewesen ja gut dann von helden ist alles leer jetzt gleich eine schatzgruppe bauen so du hast gar nichts zu tun du gehst dahin du gehst auch dahin alle trupps sind voll gefüllt das heißt wir können wahl mal renfield what do you want i'm in the middle of a really delicate mission here i don't have time to chit chat no cheating no chatting i promise it's just i've been pondering my wolf life and i firmly believe that you have the lungs to unsuck all that sucks so if you don't mind i'm moving in with you right away what no most certainly not why would i want a loony dwarf running around causing all kinds of trouble i can cook i can clean i can dance and sing and wrestle in mud and jelly and i can fry enemies to crispy meat sticks with thunder and lightning but why shouldn't you be off trying to wake your father i mean wake your demon that's all in the past mother won't let me come home she has guards and flamethrowers and doors six feet thick to keep me out no there's no doubt my future is here i will tune and trim your mechanical contraptions by day and cuddle up at the foot end of your bed each night well when you put it like that but no even if we orphans should stick together in the end i'm the son of a god and you're just a son of a bitch i'm sorry but you have to go oh okay i won't cry i won't lay awake all nights wondering where we went so horribly wrong instead i will come to visit you regularly see my backup plan was to start a business as a traveling merchant and i'm sure you'll need to chant some mer from time to time ah of course well yeah you just run along now got stuff to do don't need any mer at the moment so long oh yippie jay renfield's gay i'll be back das war ist immer noch so verstört wie es vorher war nur dass er sich dieses mal an oscar schmeißen wollte so wenn ich hier war für ein bisschen radale sorgen obwohl werde ich nicht weil wir eine große heldenwelle bekommen obwohl warum laufe ich jetzt eigentlich schon weg ich habe fünf minuten zeit ich muss nur rechtzeitig zur heldenwelle also eine minute vorher wieder da sein naja aber ich hoffe ich habe wenigstens zeitigermaßen die idee wie das jetzt klappen soll mit dem mit der nebenquesta mit dem überfall ständigen überfall also am anfang die ganze zeit berserker verheizen dann irgendwann den schlagkräftigen truppe aufstellen der das dann regelmäßig macht und wir haben schon wieder fünf punkte sehr schön du kannst doch da rein und wir können noch welche beschwören die da rein können so und so mal wieder zurück zu den truppen es nervt mich trotzdem ein bisschen dass das mit der christlich geklappt hat das heißt ich muss die mission noch mal machen irgendwann auf screen ich denke hier das wird klappen wir haben wir schon wieder kankeras haut warum auch immer das finde ich eine ruhe sehr schön und hier lang geht es glaube ich also wer gekommen das ist wieder zappenduster hier drin übrigens ja genau die alarme ich alles will verdichten so ein haben wir schon mal platt gekriegt und ich sollte vielleicht wenigstens trupp 1 noch ein bisschen besser ausrüsten den trupp kann ich auch noch etwas besser ausrüsten ja konnten die kostenlosen einheiten die uns was nützen die stecken wieder nachher in den squad trupp 3 da hängt einer fest zurück kann ich ja beporten so jetzt sollte ich aber bei den jungs mal jedenfalls die trupps die noch level auflevelung brauchen also zum beispiel trupp 4 und trupp 3 und 2 können alle weg da trupp 1 kann was essen eigentlich sollten alle trupps was essen bevor die heldenwelle kommt so war so ihr braucht noch was zu essen ihr braucht was zu essen und ihr braucht auch was zu essen einheiten ausrüsten gibt mir noch einen punkt hier könnt ihr noch punkte herkriegen und ansonsten ja bin ich freigeschalten garantiert wenn man sich nicht so sehr auf ruhen verlässt höchstens vielleicht stelle auffassungsgabe und die beiden weglassen würde könnte man das hier die einheiten ja auch noch alle freischalten könnte könnte alles voll grün kriegen also mit der zeit wenn man sich zeit lässt kriegt man auch die beiden letzten tatschen stufen garantiert zusammen so rüstung 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 und hätten wir das ein getroffen heldenwelle morschen ich sagte moschen und nicht sterben okay die werden gerade alle richtig abgeschlachtet warum das so okay meine trupps werden gerade übelst dezimiert warum das so hell jaja jaja so schnell kann das passieren ok btf ok top 1 ist noch einigermaßen den schuss also sie die mal los das ist definitiv gut ins auge gegangen sowas habe ich auch noch nie erlebt so du tschüss ich brauche noch einen recken wir brauchen noch zwei schreckens fürsten du tschüss wie viel kostenlose einheiten zwei stück brauche ich noch das ist die katastrophen mission definitiv die mission ist wirklich eine einzige reine katastrophe geworden so so Bis zum nächsten Mal.